ok die schule hat version war Was hast du gesagt? Watt Version? 39,67,5 Da hab ich gesagt Warte, Communities kann man doch irgendwo einstellen, ne? Nein, nur auf dem Dashboard Äh, hier Ja, kann man doch eingeben, aber da hat man keine Vorgaben, ne? Was hast du? Dann hat man keine Vorgaben, sag ich Ganz, äh... German Streamers New Streamers Zusammengeschrieben Und, äh... German Live Streaming Drei kann man nur lo, oder? Achso, ähm... Wären drei gewesen Ja Ja Warte ich nochmal den... Den Communities auch gefolgt Aber, das glaube ich nicht muss Na, kann ich jetzt später machen Kannst immer noch machen Ja Ja Das Spiel Da haben wir's Äh... Ja Yo Server erstellen In der selben Welt spielen, oder neu? Ja, können wir noch... Weiterspiel... Zu Ende spielen Zu Ende spielen Naja, meiner ist ja... Tod In dem Tode dabei ist Ja, meiner auch, oder? Ja... Aber... Ich starte einfach Weil... Sehen wir, ob wir sterben Vielleicht haben wir ja Glück Die Hoffnung stirbt zuletzt Die Hoffnung stirbt zuletzt Nee Mann selber Was sagst du? Ich sagte, nee, Mann selber stirbt zuletzt Die Hoffnung kannst du auch vorher schon verloren haben Ja, 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 ja Du lässt mich jetzt das bei dir hin, oder? Ja, wenn ich drin bin, kann ich ja machen Es gibt keine Hoffnung zu über... Leben Ist bei mir manchmal ein bisschen abgehackt Im... Chat Ja, bei mir ist aber kein... Gute Geschwindigkeit Ah, Discord irgendwie Discord kann das sein, ja Received So und so viele Map Trunks Steht hier Lade Welt Drücken Ich drücke Na Horschi? Ah, hier bin ich Ich bin Bandagierde Und lade dich ein Und lade dich ein Und lade dich ein Und lade dich ein Zwei... Freunde einladen Eingeladen So Verbinde mit Server Zwei... Ja, ja Er... Ja, ja Da hast du auch... Aufgrund Fehler beim herstellen einer... P2P Verbindung mit den Servern. Warte. Ich versuche selber einfach beizutreten. Das funktioniert. Das ist die Endzeit. Ich habe keine Hoffnung zu überleben. Ja, sicherlich. Mit meinem Zustand. So werde ich sterben. Wir werden alle verrecken. Kannst von auswählen. Nahrungssuche für nicht mehr Anfänger. Agrarzeitschrift. Anti-Mehltau-Kuhe. Anti-Trauermücken-Kuhe. Ich lese doch mal eben. Dann habe ich jetzt... Die Zeitschriften kannst du so weglesen, Tobias. Wusstest du das? Naja, wusste ich nicht. Kannste. Habe ich wieder reingetan. Ich habe hier eine schöne verdreckte Bandage. Nachdem ich die jetzt abgenommen habe. Bekratzt, infiziert. Das sind doch mal gute Voraussetzungen. Komm, wir gehen zum Arzt. Vielleicht wollen wir... Amputationswerkzeug? Desinfektionen. Vielleicht hilft das ja noch. Welche Zeitschriften kann man weglesen? Geh weg. Stirb. Da haben wir es. Wo ist denn der Arzt? Weißt du das? Äh, irgendwo da oben. Dann haben wir keine Zeitfamilien und einen guten. Aber auch nicht zu weit oben. Warte, ich kann ja mal... Ich kann ja mal eben auf Kart gucken. Äh, Anmerkungen... Karte... Karte lesen. Wir müssten hier in dem Trailerpark sein und der Arzt müsste... dieses Gebäude sein. Und wir gehen jetzt nach unten... hier rum, sozusagen. Nach links, sozusagen. Bis eine Straße kommt. Ich versuche jetzt weniger so zu sagen. So hier rum. 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 Das ist ein Kampen. besser eine schöne musik bei mir ausgelöst bei mir auch ich habe verdreckte banage ich mach mal eben hier kleidung kaputt zerreißen 1 entfernen so dann packe ich wieder weg so ob wir das überleben haben wir überleben dann auf ich guck mal eben die karte jetzt müssten wir hier sein noch einen runter und dann die straße hoch dann müsste der arzt auf der rechten seite immer sein doppelschlag manche sind schnell wenn du eine seife findest dann nimm das mit als info ist ein wichtiges utensil ich glaube beim zombie werden wir seife jetzt nicht unbedingt finden oder ich weiß nicht vielleicht handfunkerät wenn wir rollenspiel machen wollen und nicht über discord aber zu zweit ist ein bisschen blöd ist schon eine gruppe finde ich wir sind mann und frau die weste ist in ordnung die kann ich gut zerreißen für sieben ganze stoff fetzen ich hab mal einen zombie gehört irgendwo von links weg mit dem dreck weg lesen weg lesen bücher dauern lange oder was nein das ging auch schnell bücher gehen schnell naja aber jetzt für anfänger naja das kannst du dann lesen sonst sagt er ich verstehe das nicht gehen wir hier durch den kran einfach ich hab jetzt mal einen baseballschläger genommen statt die axt weil die axt kannst du noch gut für holzfällen gebrauchen verstehst du wir müssen zum arzt du gehst ja dann sterben wir gleich das ist ja richtig oh meine ballage ist da verdreckt wo bist du denn ich bin nicht hingegangen und garten weiter nein nein da steht ein auto auto ist immer interessant ich bin nicht hingegangen dass ich nicht einfach das ist ja nicht so den die auch die die woher die 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 Hilfe. Ich hoffe, wir überleben. Oh, Scheiße. Ich guck mal, eine Motorrobe, ne? 83,7 Scheiben und Reifen sind ein bisschen beschädigt. Riverside Map. Habe ich auch noch nicht. Ich bin die Kartenfrau. Oh, ein altertümlicher. Ui. Patronen, Pistole. Die Leiche hier unten hat er auch noch eine Karte beim Baum da. Na, ich guck gleich mal. Rosewood. Oh, ich bin extrem schläfrig. Gefährlich. Scheiße. Nein, ich wollte hier eigentlich gucken. Ich wollte hier eigentlich gucken. Hier ist der Autoschlüssel. Ich muss irgendwie schlafen. Hier ist aber schlecht zu schlafen. Na, was will? Komm, wir gehen mal Arzt gucken. Warte, der hat ja Sprit. Naja, da kam noch ein Zombie in die Grenze auch einfach. Gut, dass wir da nicht geschlafen haben. Naja, kein Sprit. Wie jedes Auto. Na, nicht jedes. Die ersten Autos, die ich gefunden habe, waren mit Sprit. Aber... Pass auf. Was machst du denn? Der hat dich gebissen, wa? Hört sich so an. Also, ich wurde nicht verletzt. Aber dann müssen wir das nicht anders weg. Ne, wir trotzdem gucken. Ich fahr direkt an der Asole. Wie sonst auch. Soll ich damit abgehen? Na, ich hab noch... ...drei Stoff jetzt noch. Na, ein bisschen oben oben. Ne, das ist der gar nicht scheiße. Wo ist der denn? Muss eigentlich hier im Unendell sein. Warte, ich guck mal immer kurz. So, wir sind jetzt hier. Wo ist jemand? Wo ist jemand? Ja, ich bin schon am draufprügeln hier. So, ich guck nochmal. So, da ist eine Kirche. Das stimmt nicht. Wir müssen... Oh. Schon gucken. Wenn ich hier auf die Karte gucke. Ja, mach ich doch. Ja, mach ich doch. Jetzt haben wir über den Zaun gehüpft. Und erste Biene. Der unten ist ja nicht so, weil ich mich erinnern kann. Der muss oben, weiter oben sein. Warte, wir gehen einfach mal hier hoch. Lass mal gucken. Wir rennen und rennen. Oh, da ist ein Taxi. Da ist noch ein Tommi im Raum. Und zweiter? Der unten ist ja nicht schuldig. Jetzt hat sich einer mit Bleichmüll umgebracht. Kochzeitschrift. Kuchenteig herstellen. Und Tortenteig. Geil. Was wird gefunden? Schlüssel oder was? Nein. Guck mal, ob der hier irgendwo liegt. Noch eine Pistole nicht mehr mit. Naja, ich finde hier keinen Schlüssel. Der kann auch im Auto selber sein. Ist er auch. Warte mal. Oh, Tank ist leer. Also minimal. Minimal. Ja, wir könnten ein paar Meter fahren oder so. Zu essen. Stimmt, was zu essen könnte ich auch gebrauchen. Oh, ich esse einen Apfel. Ich esse den Eierkarton. Die Eier meinst du? Wäre nicht so gut. Hier ist der Eierkarton. Hier ist der Eierkarton. Bisschen Schmelzgäse noch. Da haben wir noch eine. Da hinten steht noch ein Auto. Streichhölzer. Brauchen wir den? Den Wagen hätte ich gerne. Funktionierend. Wo bist du lang? Weiter? Ja, weiter nach oben. Oh. Blüte. Zombies. Ich finde ich nicht. Ich bin mit da nach oben gegangen. Ah, da ist sie. Was blättert denn hier so? Hier ist schon mal keiner. Hinten an der Tür. Ne, ich mein, ja. Schlüssel. Ich mein auch den Autoschlüssel, Tobias. Wertenschlüssel. Aber da steht einfach nur Schlüssel auf. Ich mein, jetzt hat der Hauschlüssel. Ah, Seife. Quietsche ähnlich hier, Tobias. Gack. Gack. Hier ist noch eine Frau im Garten. Vielleicht hat die den Schlüssel. Ja, nix. Hier steht noch jemand vor der Einfahrt. Auch nix. Scheiß. Geil. Ah, hier ist die Kirche. Was ist denn hier, verdammte Medik? Rosewood-Karte. Auch noch. Habe ich da, habe ich da alle zusammen? Oder irgendwie? Oder was? Ah, jetzt bin ich auch müde. So, da ist die Kirche. Hm. Warte, ich guck noch ganz kurz auf die Karte. Ich war direkt der Vandalen. Wir sind jetzt hier. Lass uns mal... Oh, der zeigt mir nix mehr an, Christian. Warte, ich muss doch auch ein Fernseher. Sag mal. Bei mir wohl. Na, ich mein, ist da ein gutes Zeichen? Schlechtes Zeichen? Gar nix mehr, halt. Nein, gar nix mehr. Hm, das ist gut. Außer du fühlst dich übel. Äh, nur sehr müde. Ja, das ist egal. Können wir gleich schlafen gehen. Das war ja wohl Mangella. Kill, du. Ja. Nur nicht übermütig werden jetzt, ja. Bleib mal liegen hier, du. Peter, du. Oh, ey. Fett in die Fresse. Na denn, ey. Wie in der Welt. Was haben wir hier so? Car-Battery-Types-Fort? Benzinkönister, voll. Jawoll. Benzin, endlich. Autofahren. Lass mich ein bisschen überladen. Lass mich ein bisschen überladen. Lass mich ein bisschen überladen. Altstadt hat wieder ein... ...ein Auto-Manual. Basic Mechanics. Lese ich mal eben. Kannst du das auch lesen. Ich packe mal eben der Benzin in die Tasche. Und hoffe, dass ich dann... Ja, das passt. Eine kleine Werkstatt war das hier, oder? Will ich nicht überladen, oder? Ja. Na ja, die Kameran gerannt. Ola Bitch. Na ja, ne Zitsch. Weil du bist ja ein Zombie. Na ja, hier oben rum wollte ich. Oh, wie. Kirche ist nicht so spannend. Ah, ich merze nur eben hier die Zombies aus. Sonst vermehren die sich noch wieder. Ich bin trotzdem geoladen. Vermehren sich. Ist ja eben hier... Ah, ist ne Katze reingekommen. Ja. Neine Katze. Die ist ja reingekommen. Ne? Ich packe mal eben die ganzen Karten in den Rucksack. Das Dachfenster war ja offen. Wir können ja eigenständig entscheiden, dass sie macht. Diese... ja. So, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Jetzt können wir hier oben rum. Bist du da schon? Ne. Wo? Ich bin hier oben rum gegangen. Bei der Werkstatt oben, dann rechts beim Haus rum. Ja, du machst einfach immer ohne genau mir zu sagen. Ne, ich hab gesagt, ich will da oben. Wenn ich nen Chat hätte, würde der mir zustimmen. Na, sehr lustig. Wie schützt dir von Poetern. Wollt dich nicht. Wollt dich nicht. Wollt dich Modelatoren. Wollt dich einmal zu kommen. Meiner ist entschöpft und müde Meiner ist nur müde Wir rennen trotzdem wieder in die Masse rein Wo ist eine Masse? Wo? Was hat denn? Das Gebäude hier Wo bist du? Wo bist du? Hörst du mich? Ja Warst du da mit dem Alarm oder? Nee, ich bin nicht in dem Haus gegangen Da bildet sich auf jeden Fall erstmal eine Horde Macht nicht Spaß Ich habe eine gute Idee in die Horde zu gehen Ich habe eine gute Idee in die Horde zu gehen Boah, ich brauche gar keine Kraft Ich habe auch schon die ganze Zeit Bedenken Weil Meiner so extrem müde ist Wir müssen hier nach Hause oder so Ja, schon vor 20 Minuten oder so Ja, hast du schon gesagt Und trotzdem sind wir Nicht zur Ruhe gekommen Jetzt hat meiner Hunger und Durst Wenig Ausdauer Wenig Ausdauer Erstmal Essen Nein, nein Nein, ich kann ihn noch so rauchen Ab schon nicht sie Ab schon nicht sie Oh, hier ist ein Desinfektionsböde. Ah, meinst du ist weg? Cool. Oder kann ich das noch nicht machen? Was denn? Pfannengericht. Brauchst du Pfanne für? Hab ich. Zutaten? Na, Hühnchen an der... Warte mal, ich hab noch... ...und das. Pfeifen. Bild, äh... Bild, äh... Kompat Zombies von heute. Okay. Mach mal Laken hier vor. Ah, jetzt habe ich auch ein bisschen Hunger. Hast du lecker Essen gekocht? Muss mal eben hier draußen ein bisschen gucken, ob Zombies, äh... ...die Gegend unsicher machen. Ein bisschen. Ich verstehe ja auch... ...gerade nicht, warum das so funktioniert. Wie wolltest du das denn machen? Ja, ich bin auf dem Craftingmenü... ...ein Pfannengericht zu bereiten. Ja. Man wählt den Huhn an, Zutat hinzufügen. Ja. So, wer hat's hier? Dann macht er tack tack tack. Dann steht hier einmal verarbeiten. Du musst das andrücken? Anklicken, meine ich? Ja, dann... ...machst du die Zutat hinzu. Nee, ich hab's gerade zehnmal. Also, das ist die Zutat hinzu. Dann steht hier und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... Das ist gar nicht so schlecht, das Auto. Sollen wir das nehmen? Ich gare gerade Huhn. Pfannengerichte, Leute. Ist man hier alles auch. Gekocht gerade, zur Hälfte gekocht. Jetzt ist es zu jedem Moment eingerichtet. Ich packe mal hier einen Rucksack voll und tue den in den Kofferraum. Runter nehmen. Ich erstmal die Hälfte. Ich habe hier einen Rucksack voll und tue den in den Kofferraum. Ich habe hier einen Rucksack voll und tue den Kofferraum. Ich habe hier einen Rucksack voll und tue den Kofferraum. Ich habe hier einen Rucksack voll und tue den Kofferraum. Komm, wir müssen schlafen. Mhm. Mhm. Mhm, lecker. Ich habe hier einen Huhn in der Sahne. Na hä? Huhn in der Sahne? Was machst du denn in deiner Küche oder Badezimmer? Ich füll meine Flasche auf und trinke Wasser. Ich hab schon schlafen gelegt. Der trinkt automatisch Wasser, wenn er eine Flasche in den Rucksack hast. Das heißt, das Trinken nach dem Füllen bringt überhaupt nichts. Doch, um Stoffnetzen zu reinigen. Ach, kann man das auch. Ich dachte, da braucht man Seife für. Bist schon wieder wach? Bin ausgeschlafen, ja. Bin aufgestanden. Malz. Wir sind hier auch so drin. Wir leben. Boah, ich habe die Hälfte, an dem er dich an Wasser noch hatte, in der Nacht getrunken. Was sind wir denn jetzt? Mal in Karte gucken. Jo, hier in dem Haus. Lass uns gleich mal nach oben rechts gehen. Obwohl ja dieses markierte Haus auch interessant ist, ne? Können wir hinfahren nachher. Ja. Genau. Ich fahre jetzt rechts rechts. Ah, ist nachts scheiße. Ich muss erstmal hinschauen. Ich muss erstmal hinschauen. Ich nehme auch noch alles mit und dann packe ich das einfach in den Auto. in den Auto. Und auch so ein Polo hat sich auch noch. Einfach hinten auf den Sitz packen. Ja. Mal einfach mal einen Platz wechseln. Ach, da oben. Wieder auf dem Kopf oder so. Stimmt. Wir müssen ja noch füllen. Nein, die haben noch keine spezielle Kleidung. Das kommt demnächst. So. Du musst mit dem Benzinkern jetzt dein Auto füllen. Ja, warte ich. Warte eigentlich noch mal gucken, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren können. Das ist schon so. Hinschaut rein. sediment sind. Das ist ja gut. Hinschaut rein. Ja. Hinschaut rein. Pergüren. Dann fallen. ja ich war noch im menü aus versehen wäre ja ärgerlich wenn man deswegen mich verletzt aber ich kann ziemlich weit gucken ich habe ja dieses nachtäule hier ist ein lichtfisch für anfänger ja dann habe ich da hingeschmitten wollen wir aber nicht mit weil eins im kofferraum liegt was soll kann man als brennmaterial benutzen nee ach film man genau kein merk ich fahr du musst tanken benzinkanister in den hauptinventar essen ich muss essen ich mag benzin in den hauptinventar ziehen dann gehst du in den auto und drückst v dann steht da irgendwo dingens tanken ja naja du hast den leeren ne du hast den schüssel nicht ich hab den so ich pack mal die Karten in den Handschuhfach kannst halt auch gucken der Sound müsste eigentlich abbrechen wenn ich aussteige warum kommt denn so viel bei hier keine Ahnung auf geht die Post Bäckery 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 habe ich das gesagt ja ups Brum Brum die Schiene ist kaputt gegangen ganz gesehen oh der wär geil oder ne oh ich muss mal ausmachen sind so was auf Ha ha ha, weggeflogen. Hab ich eigentlich die Hammerneile, aber... Scheiße. Ich guck mal, ob hier der Schlüssel drin ist. Football. Ja. Ist auch noch ein bisschen Benzin drin. Eben gucken, checken. Gastank, also Benzintank ist nur 38%. Und die Reifen sind auch nicht so toll. Kann besser da auch weiter nehmen. Oh, okay. Ah, weg, weg, geh weg. Scheiße, ich muss eine andere Waffe haben oder so. Äh, Küche ist also auch Köcke. Obwohl, das könnte helfen. Oh, meine Axt ist kaputt gegangen. Scheiße. Nein, nein. Ups. Wie kann ich die Primärwaffe ausrüsten? Rechtsklick und Primär ausrüsten. Ne, ich mein, die ist ja auf dem zweiten Ausrüstungsplatz. Boah, es sind zu viele. Komm, schnell. Wir fahren weg. Auf dem zweiten, ey. Dann... ... Damit kannst du nicht schlagen. Du musst auf dem ersten oder auf beide. Na, ist schon gut. So. Hm? Ich hab die Axt aus dem Auto geworfen. So. Hier waren wir schon mal. Ich glaub, die Autos haben wir schon mal gecheckt, ne? Wo zum Henker ist denn nochmal der Arzt? Ich würd euch jetzt sogar drauf ankommen lassen, weil bei mir steht ja nichts mehr von Infizieren. Na, wo soll man hin? Hm. Schlag rüber, die ich nicht vor Ort. Wo lebt man denn die? Dort in Frankreich. Farm, würd ich sagen, oder? Ich glaub, das ist ne Sackgasse. Ja. Guck mal auf der Karte. Wie geht das? Die sind im Handschuhfach. Rechtsklick. Welche soll ich lesen? Mit Anmerkungen versehene Karte oder so? Ja, aber ich glaub Hauptstraße und dann hoch. Dann kommt man irgendwann zum Bauernhof. Auf der rechten Seite oder so rein oder so. Mal gucken. Tankstelle wär aber geil. Die ist aber anscheinend nicht in enge Zeit, ne? Naja, dann gibt's hier auch keine. Vielleicht reicht der Sprit bis da oben. Mal gucken, ob wir hier... Mal gucken, ob wir hier... Ne, da geht's ja wieder runter. Geht weg! Halt mal. Halt mal. Ups. Das ist realistischer und zu einer Art. Oder siehst du das nicht durch? Oh. Kann ich hier aufklicken? Ja, geht auch. Geil. Klimaanlage an? Muss nicht mehr. Ne. Wobei meiner ist überhitzt. Mach mal. Heater? Ne. Heater ist... oder falsch? Das ist nämlich Heizung. Klimaanlage geht gar nicht. Gibt ja nicht. Slalom. Den ganzen Horschies. Ich vermute, da gleich kommt ne Tankstelle. Mal hoffen. Stell dir mal vor, wie ist die Straße die ganze Zeit lang gelaufen? Ja, da muss man noch vor ein paar Patches noch... Ja, ne. Ist schon ein bisschen länger unterwegs, ne? Kannst auch nur drum herum fahren, oder? Na, das geht hier, glaube ich. Ja, das haben sie auch neu gemacht. Ja, das haben sie auch neu gemacht. Was steht da? Konnte ich nicht lesen. So schnell. Ah, hier ist Campingplatz. Aber ein Stück weiter ist Raststelle, soweit ich weiß. Mit Tankstelle, hoffentlich. Mann, ey. Da. Tankstelle... Ah, ja. Ja, prima rum. Es sind viele Zombies hier hergegen, ne? Ich kann. Ja. Sieh mal hin an. Lass mich die Zombies hier beseitigen. Nicht mal zu, äh, gefährlich. Ach tickt veya nicht zu aber nicht. Das ist meinlich ist. Ach. Ach! Ach! Ich hab den Kennelser schon einmal gefüllt jetzt. Was ist denn da? Keine Ahnung, warum? Ja, soviel abfüllen wie geht. Vielleicht füllen wir auch noch einen Benzikanister da in der Tankstelle. Hier ist noch eine Flasche. Kann ich auch füllen. Das ist aber hartnäckig, der Junge halt. Wie fühlt man die Scheiße denn? Das ist schon hartnäckiger Zombie. Deswegen wird auch echt gut fühlen, bis der Umfeld... Deine Waffe ist auch schlecht. Ah, weiß ich. Ah, ein Minzbaum-Wong, weiß ich mal. Die Tankstelle ist offen. Naja, hier gibt's so Essenssachen immer. Da sind wir uns auch mit Rasen. Zombie! Zombie Ragou! Gasolin. 34 von 34. Hm. Sag da. Ist doch schön. Mach ich den kleinen ist da nochmal wieder voll. Und ich pack den in den Kofferraum rein. Was ist das? Was ist das? Du hast schon passioniert. Und du hast noch keine Nesterchen gefunden? Nee. Wie ist es denn? Chips. Orange Limo, gell? Viele Zigaretten. Ja, haben wir auch noch gefunden. Aber ich bin... kein Raucher. hier ist noch eine küche dörrfleisch kuchenstück weiß man geht ab ein hamburger soll man sehen teilen zu den ofen ich bin schon wieder müde hier schläfrig hamburger frisch muss ich so heißen wo ist da ja so versiegelt ein angebot so was man handeln ist wenn man handeln will hier können wir machen wir jedem zu kannst du auch schlafen schlafen bis der arzt kommt schlafen aber ein bisschen weiter weg hoff ich aufstehen da ist ein zombie kommt der denn hier rein da ist das fenster das kaputt ist warum habe ich schmerzen hat er mich geschlagen haben wir genug sprit sagste voll gemacht und noch mal den kanister voll hinten reingepackt sollen wir mal gucken ob da unten im auto noch was ist oder so warum zu meinen so hitzschlag übelkeit keine konzentrationsfähigkeit übelkeit ist ganz übel meine übelkeit bist dann ein bisschen zombifiziert naja das steht hier bei hitzschlag ach so runter muss hier hose oder polo ausziehen ist auch juli sommer ist die kleidung die ich trage passt schon besser wenn der wer da unten geil ist der sieht richtig neu aus wenn der tut dann will ich den haben auf die schnauze da gucken da sind mehrere solcher dicken vans ja ein hund ist das einer boah der ist einen guten schuss vorderrechte reifen ist ein bisschen lädiert schade kein schlüssel aber hier ist eine karte wieder mit einer anmerkung drauf ah hier ist das medizinische scheiße medical shit steht hier drauf ah noch mehr eine menge big crowd ach so ne horde schrot findet ihr hier essen in der küche da sollte man vielleicht mal gucken mal nicht irgendwo der schlüssel auf dem boden das klingt vielleicht hat den ja jemand im mülleimer geschmissen ne ne wo bist du noch oben tankstelle oder ich bin hinter am diner ich bin hinter am diner noch mal hinter hoch aber ich laufe jetzt wieder nach vorne ich kontrolliere gerade die die toiletten damentoiletten von diner ne so ne öffentliche toilette hier camping shit in die tasche in die tasche ne schlüssel habe ich nicht gefunden aber die karte ist die nehme ich mit ne 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 Oh, ein Steak. Ein Steak. Hammelkopf, Speck, Schinken. Hm. Paniertes Bürstchen am Spieß. Einen besseren Wagen gefunden. Ja. Jo. Oh, jetzt sind beide rein. Das wäre gut. Das muss doch irgendwie gehen. Ach, scheißegal. Ich messe einfach hier alles auf dem Boden. Geil. Das muss mal ein leckerer Salat. Leckerer Salat? Sau ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht wo du bist. Ja, bei der Tankstelle. Ja. Er ist bei der Tankstelle. Lalalalala. Ja. 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 Hast Glück, dass da eine Zuschauer wieder weg ist. Ja. 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 Ich weiß ja gar nicht. Ja. Ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir Kofferraum. ist mal leer dann kannst du mir die shuttle wieder geben äh achta oben gemüse schinkensalat im kofferraum mit zucchini Zucchini und Remoulade nach dem richtigen essen an ja ja посмотрим Vielen Dank. Also wechseln wir das Auto, oder? Ja, sicher. Dann nehmen wir die Karten alle hier aus und bringen. Ich habe die Karten. Schöne Kraftstoff. Oh, nochmal. Ah, jetzt ist es halb leer. Haben wir das alles raus? Nee. Wie ist das? Ja, okay. Hast du noch Sachen im Auto vergessen? Wie denn? Baseballschläger, Stoffwetzen, die lagen auf der Rückbank. Machst du denn dort? Du machst das. Ich glaube gar nicht. So, ich tu nochmal hier die Karten rein. Das sind jetzt oben mit Anmerkungen versehene Karten. Wenn du auch dieses kleine Pfeilchen klickst, sind das jetzt drei, siehst du? Welches Pfeilchen? Neben dem Bild. Von dem Gegenstand. Kannst du auch ein paar Bilder entdecken. Sind wir hier sicher? Warum? Eben rauchen, ne? Oh, mein Gott. Warte, kann ich abschließen? Fenster öffnen. Lock all doors. Hab ich. Ah ja, da gibt's ein Symbol für sogar. Jetzt könntest du ja nicht mehr, kannst nicht mal rausgehörig. Jetzt hörst du mich noch und jetzt mache ich muting. Mal für die. Vielen Dank. 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 Nein, der hat mich gebissen. Scheiße. Nochmal desinfizieren. Nein, das ist... Das ist... Das lange Board ist... Ich... Ich... Jetzt... Ich... 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 muss... Ich... 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 viel essen hier ja, ich bin jetzt zu sehen, allerdings nicht ganz so gut berichtet wo bist du? im Laden oh, Honig ich bin da, hallo noch mehr muffins da hast du lecker Sachen nach vorne oh so Ben & Jerry's oder Jen & Berries da musst du in den Gefrier-Dings gucken lecker Jen & Berries habe ich gehört Tofu und so hier ist eine Menge Gemüse und interessant dann mal ein bisschen alles nehmen aber ich nehme hauptsächlich erstmal das Zeug mit was ewig haltbar ist was ist das trockenteil Muffin-Schokolade-Tüte mit Süßigkeiten steht hier zum Beispiel mal hier mal überwachen packen wir uns mal ein Muffin Muffin nägel ja wenn er noch frisch ist aber gut fällt auch noch ein bisschen gewürzgurken gewürzgurken pack mal Sachen ein mal in das Auto packen wenn sie schlecht werden gewürzgurken sind auch lange haltbar ich weiß auch gar nicht ob die ablaufen mal rein mal rein ja ich hab die auch genommen ja ich hab die auch genommen die Wassermelzone keine mehr die Wassermelzone keine mehr ne hier sind gerade Blütspoten ich mag einfach mal ein Ball ich mag einfach mal ein Ball ups ich hab einen verrotteten eingepackt pack mal eben einen ordentlichen Teil des Autos kann man eigentlich irgendwie markieren? hm klar mit Shift kannst du lieber lieber eine Liste oder mit Steuerung kannst du einzelne Sachen wieder rausnehmen na das scheiße alles einfach so rein zu tun brauchen mehr Taschen na dann eine Kühlbox oder sowas ne ich tu einfach mal jetzt meinen großen Wanderrucksack hier rein zack fast voll hahaha Wassermelone da rein dann ist der Kofferraum fast voll so gut wie da ist überall siehste naja hab ich erstmal hier eine Banane ich weiß auch ne ich weiß kann ich was zubereiten? Schießpulver ah ne Pfannengericht Salat zubereiten machen wir nochmal packe ich mal Aubergine achso das ist Gartensalat und Schinkensalat hä? wo kommt der denn ja hab ich den da reingepackt Mayo gewürzt weiß ich weiß nicht hab ich erstmal was dann hab ich doch mal fein zubereitet viel bringt der nicht ist schon fast auf blöde Schrieger hier ja ja so anders fiech guck mal was in Ordnung anderen Autos noch so ist oder? Flasche leer streichel sehr ne Hose zieh ich an weil meine verschmutzt ist ja genau kack zombie bitch wie desinfiziere ich mich nochmal? ne du brauchst du was? hab ich das noch? ich hab glaub ich mittel musst doch auf die wunde gehen wie auf die wunde? achso scheiße ich hab keine managen oh da war hier eine rausgenommen auch noch am oberkörper was soll und da unten ist eine Wäscherei vielleicht gibt es da viel Seife aber da sind viele zombies die ich dahin gelockt habe da sind noch ein paar Gebäude Wohngebäude sonst ist hier nichts komm wir fahren nach Dingens ah ja Dingens ja mit das Mit gut Stoff der Wagen 120 Meilen pro Stunde Schon nicht verkehrt Steht da? No credit, no... Keine Ahnung was hier ist Polizei Wagen Könnte doch das interessant sein Aber... Moment... Spiffos Wir hätten gehen bla 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 Meiner wird schon wieder müde Ja meiner ist auch müde Aber hier sind Zombies Noch ein Bullenwagen Hast du eine Zombiesirn sehe ich auch? Ah ja noch eine Tankstelle Park mal hier Ne ich park vor der Tankstelle Hier Guck mal kann ich füllen mit... Direkt Geil Boah ist gut geparkt Ah hier sind noch drei leere Benzin Tennis Wagen wir mitnehmen Alles gut Ist ja gut Kriegt aber auch einiges brauchen mehr rucksäcke ist noch ein benzinkanister mülleimer ich habe jetzt drei gefüllt die reinpacke ist sehr laut überladen die gucken ob hier noch rucksäcke sind vielleicht auch oben im kleidangsgeschäft performance tire type heavy duty ja ein reifen superschwer propangastank zwei benzinkanister voll noch gefunden ich tue mal die folgen hier in die mülltonne vor der hatte ich doch gerade die ganze zeit mein mikrofon aus keine zuschauer und dann guck ich da oben mal in das geschäft in dat geschäft rein aber vorsichtig und der bullenwagen interessiert mich hier liegt ein schlüssel aufgrund taxi key was der taxi da unten direkt ein schulran sind gefunden im taxi kofferraum nach dem ding Was soll das denn? Männer sind müde, etwas unglücklich und geringfügige Schmerzen. Man, müde und Schmerzen hab ich auch. Desinfiziert hast du, oder? Ja. So, ich hab einen Schulrucksack, den lege ich schon mal da hin, dann kannst du schon mal was reinpacken. Alter, schlafen ist gut, ne? Ja, werde ich verkehrt. So, Türen abschließen. Ne, jetzt. V und die Zs. Bist du wieder wach geworden? Oh, war da eine Stunde. Das war dann eine Stunde. Das war eine Färbung. So. Oh, ich guck noch mal da oben, ne? Oh. Oh. Oh, Patronenjöö. Kann montiert werden auf Jagdgewehr, Gewehr, Schrotwindel. Boah, Schachteln mit neun Millimeter Patronen, Tuias. In der Hand. Wenn man jetzt in so einen Müllsack mal Sachen reinpackt, ist das nicht so? Ja, die verringern nur wenig das, wie heißt das? Zack. Gewichtsreduktion. Na so. Da gibt's Werte, oder? Ja, die haben nur Fasshochvermögen 20, gewichtsreduktion 10. Okay. Da lassen wir nicht. So. Mal gucken, ob es hier Rucksäcke gibt. Die bessere Waffe wäre immer wieder gut. In der Axt, oder nur? Hier sind schön viele Kleidungsstücke. Undreckig. Ah. Handtasche, zwei Schulrucksäcke. Warte, jetzt noch mal was. Hm, ja, das ist mit so. Noch einen. Moment. Nein. Warte, schon kannst du kommen Ahal mitmachen. Ich gehen bitte sit los. Ich schätze malen, bei mir nichts zu dir. Also das ein bisschen ich Trink, aber ich habe Caval baseline gek cancelled und mir, Ich weiß. Wir müssen einen schönen Mal Lucy. Wie gesagt, sie sich kein Welche bes 유�하시는, nicht es fällt mir nicht enthına. Ich weiß. schon viele handtaschen hier sind auf jeden Fall besser als die Müllsäcke ich bin überladen aber kann noch ein bisschen rennen sollte ich vielleicht aber nicht machen ich glaube man kann sich sogar verletzen dabei habt ihr gehört zuschauer vielleicht kommen wir morgen in scharen hier liegen paar rucksäcke ich guck noch mal die autos ist geil dass sie so komplex sind die autos eine glühbirne nehme ich doch mit klar antidepressiva kann ich nehmen bin etwas unglücklich nimmt er die jetzt tabletten einnehmen so sehr schön hoffentlich werde ich nicht süchtig was war das denn für ein symbol trunk ist unlocked ach so ein feuerlöscher warum kann ich nicht durch den kofferraum nach vorne klettern malen malen Okay. 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 Vielen Dank. 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 Hast du schon einen auf dem Rücken? Ich habe so ein Wanderding auf dem Seesack. Von Seesack? Ich habe so ein Wanderding. 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 Tee 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 t Tee Tee Was sollen wir nicht untersuchen Junkf lob zahnbürste riverside matt haben wir schon zwei stück ein regenschirm und vrench ein bisschen kühler geworden 31 grad die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020